Ich bin Roman Beis und komme aus der Schweiz. Und ich bin Patricia Widerl und komme ebenfalls aus der Schweiz. Wir haben ganz viel recherchiert im Internet. Wir haben gesucht nach einem passenden Zahnarzt für uns und sind dann nach einer gewissen Weile auf Dr. Ömer zugestoßen und sind dabei geblieben. Unser Kontakt war dann die Jasmin, wo wir wirklich sehr zufrieden sind. Und mein behandelnder Arzt war Dr. Kadir. Und meiner Dr. Tolga. Alle beide haben exzellente Arbeit gemacht. Super Team, super Leistung. Unsere Bedürfnisse wurden immer zufrieden gestellt und wir sind sehr zufrieden und würden es jedem anderen auch weiter empfehlen. Also ich habe das Verlangen vor zehn Jahren schon bekommen, weil meine Zähne ganz schlimm waren, hierher zu kommen oder allgemein einfach einen Zahnarzt aufzusuchen. Und hatte immer Angst. Und ich habe dann hier wirklich einfach super Erfahrung gemacht. Die Spitzen waren super. Die Ärzte waren einfach immer mit einem zufrieden und sind auf einen eingegangen. Und auf jeden Fall ist das Ergebnis super und ich würde es wirklich nochmal jedem empfehlen. Das Ergebnis super. Die Spitzen waren sehr schön. Die Spitzen waren sehr schön. Ich kann auf jeden Fall. Der Drucken waren sehr schön. Ich bin nur noch nicht mehr, weil ich sie nicht langen im Entrachtung. Nur eine Art der Wagen zu beschreiben. Es ist elektricisch. Ich kann Sie merken? Untertitelung des ZDF, 2020